So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und das soll eigentlich ein kleines Ausbeute-Video werden, dass wir mal gucken, was wir am Ende des Sea Days dann doch nun bekommen haben und was wir jetzt auch noch entwickeln werden. Dieses Video nehme ich nämlich am Samstag auf, da läuft der Sea Day gerade aktuell noch, ihr seht, das ist hier 16.56 Uhr, das heißt, er ist noch vier Minuten aktiv, deswegen sitzen ja auch überall Verlusi rum. Ich muss sagen, ich fand den Sea Day an sich, das Pokémon richtig genial, das Shiny richtig genial, dass das nicht nur als Shiny eingeführt wurde, sondern überhaupt eingeführt wurde und direkt als Shiny richtig genial, die Boni richtig genial, äh, ich weiß nicht, das Einzige, was mich gestört hat, war, dass ich einfach nicht wusste, wie ich es machen soll. Ihr wisst, vor Corona haben wir Sea Days immer so gemacht, wir haben uns getroffen mit ein paar Leuten, wir sind dann immer rumgelaufen draußen, ich habe alles Mögliche gefilmt, habe das zusammengeschnitten, das war endlos viel Arbeit, dass man das zusammengeschustert hat zu einem Video, was ich kaum jemand angeguckt hat, da war ich noch ganz klein damals und das war schön, trotzdem aber dieses Feeling, das Rumlaufen, die Leute, die Action, die Reaktion da zu haben, zu sehen auf einer großen Leinwand. Dann durch Corona hat sich das natürlich ein bisschen verändert, da war es dann wirklich so, dass man gesagt hat, okay, ich streame den Sea Day und ich sitze jetzt zu Hause, da hat man sich trotzdem nicht alleine gefühlt, man hatte ja den Chat, man hatte die Leute, plötzlich bist du nicht mit drei Leuten rumgelaufen, sondern du hast plötzlich 50 Leute da gehabt, die mit dir gelabert haben, die Fragen gestellt haben, denen du helfen konntest, ihr in der Aktion zusammen gemacht habt, ihr einfach da auch eine gute Zeit hatte, diese drei Stunden oder manchmal auch sechs Stunden, die man komplett durchgestreamt hat, im Sitzen mit Rauch, mit Modulen, ein bisschen gemütliches Fangen nebenbei, die Shinies kamen trotzdem von alleine, war auch eine super Sache und nicht mit Arbeit verbunden, denn du startest den Stream, wenn der Stream vorbei ist, ist der schon hochgeladen, du musst nichts schneiden, du hast keine Arbeit und die Leute können live direkt mit dir interagieren. Jetzt haben wir gedacht, bei diesem Pokémon, wir gehen mal raus und streamen mal unterwegs, was halt komplett bescheuert war. Das Handy hat so geruckelt, es war so schlimm, das Handy war so überfordert mit allem, dass das so gut wie kaum spielbar war. YouTube ging immer zu auf, ich weiß nicht warum, das ist irgendein Fehler, den hatte Sabrina auch schon mal, da musste sie den Stream neu starten, das hat auch mega genervt. Und wenn du unterwegs bist, du siehst den Chat nicht, du siehst den Chat immer nur ganz kurz, wenn jemand schreibt, ploppt er auf und erlischt wieder. Du siehst gar nicht wirklich, wer hat denn was geschrieben oder wer hat was gefragt, das geht alles komplett unter. Also mit dem Chat zu interagieren ist unterwegs so gut wie gar nicht möglich, außer vielleicht mit einem Zweitgerät. Ich möchte aber jetzt nicht mit fünf Handys draußen rumrennen, das ist mir auch irgendwie zu blöd. Also mit dem Chat interagieren hast du wirklich, wenn du zu Hause streamst und das machst und gemütlich fängst. Das ist das eine. Das andere, jetzt habt ihr trotzdem, man läuft rum, man sieht mal was von der Stadt und man hat ein besseres C-Day-Feeling an sich. Ich habe eine Umfrage gestartet, hoffe ich, wo ihr mal sagen sollt, wenn ihr den letzten C-Day mit diesem C-Day-Stream vergleicht, was hat euch besser gefallen? Lieber in Zukunft wieder drinnen streamen und wir chillen und labern oder unterwegs streamen und ihr seid komplett egal, weil ich euch gar nicht sehe und nicht höre und es ruckelt und es macht sonst was und man denkt nur, oha. Drinnen streamen ist meistens der komplette C-Day, draußen streamen ist dann eine von drei Stunden und der Rest wird so dann gespielt. Da könnt ihr mal abstimmen im Community-Tab, das würde mir viel bedeuten und damit ich weiß, wie wir die zukünftigen Sachen handhaben. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, was wir noch hier Schönes haben. Wer das nicht gesehen hat, es gab im Shop auch eine Box, mehrere Boxen, es gab eine kostenlose Box, da habt ihr 30 Hyperbälle drin gehabt, ihr hattet diese Retweet-Box, Retweet. Ihr habt auch die tägliche kostenlose Box, die sich ja immer mal ändert, bei mir schon seit gefühlt zehn Tagen gar nicht und andere viele tolle Angebote hier. So oft im Chat habe ich aber gesehen, was ich gesehen habe, wenn ich mal im Chat was gesehen habe, dass die Frage kam, hä, wie lang geht denn der C-Day, wie lang geht denn der C-Day? Ihr habt im Heute-Tab hier bei euch im Handy immer eigentlich das aktuelle Event oder die aktuellen Sachen, die gerade sind und da stand die ganze Zeit Community-Day, endet hier in drei Stunden, in zwei Stunden, in einer Stunde und jetzt sind noch alle Boni aufgelistet, die wichtig waren und die man braucht. Lola, die Jahreszeit, wo ist das jetzt hin? Jetzt ist es weg, verdammt! Und da stand auch drin, dass es natürlich zwei Spezial-Trades heute gab, mit halber Staubkosten, also das war auch richtig cool. Jetzt seht ihr, die ganzen Spawns gehen weg und ich habe jetzt nämlich schon vorher ein bisschen aufgehört, weil meine Box immer zu voll war. Die war die ganze Zeit auf 5.500 von 5.500. Ich habe immer mal ein bisschen was gelöscht, dann wieder gefangen, dann wieder gelöscht, dann wieder gefangen. Aber ich möchte jetzt dann gleich die Zeit noch nutzen, bis 19 Uhr. Erstens mit Pupsi essen gehen beim Chinamann, nach dem harten Tag und gleichzeitig dann beim Essen gehen mit Hannes noch tauschen, dass dann noch ein Lucky Verilusi reinkommt. Zwei Rates habe ich sogar gemacht, jetzt gegen Ende. Beziehungsweise, warte mal, wo ist denn der erste? Zwei? Der ist ja so lang her. Ja, der ist so lang her. Zwei Rates hatte ich... Ich check's nicht. Wo ist das? Hier muss ja irgendwo ein Caputoro noch drin sein. Ihr seht alles hier, Caputoro. Zwei Rates noch gemacht. Da habe ich wieder in der Hibo-Gruppe gepostet, hier Caputoro mit 19,43 auch bekommen, weil ich habe meine zwei freien Raid-Pässe ja auch versucht, dein Caputoro ist riesig. Meine zwei freien Raid-Pässe versucht wegzumachen. Gab's ein 96er Caputoro. Dann habe ich den zweiten Raid gemacht. Da habe ich sogar den Daniel Schilling eingeladen und er ist sogar mit reingekommen. Und wir haben dann zusammen den Raid gemacht und Patsch war dabei und der... Hannes war dabei. Eins Zidane Malos war auch dabei, weil ich das auch so spontan eingeladen habe. Meine zwei Spezial-Trades habe ich mit Pupsi gemacht, auf der Suche nach einem 100er Caputoro. Ist leider nichts geworden. Insgesamt, wenn wir jetzt hier mal eingeben, Veloursi, habe ich jetzt noch 209 Stück auf der Hand. Shinys, jetzt müssen wir mal eingeben, und schillernd, haben wir hier 35, Shiny, Veloursi. Wir können ja diese dann mal ganz kurz durchgehen. Wie viele das hier sind von der Bewertung. Klar, ihr seht das hier so. Römmhild, genau. Dann haben wir hier das, dann haben wir hier das, dann haben wir hier das, dann haben wir hier so, so, so. Damit ihr ungefähr mal die Werte seht. Das sind ja nur 36. Ihr könnt mal reinschreiben, wie viele Shinys habt ihr bekommen. Wie viele habt ihr insgesamt. Wir können uns den Pokédex-Eintrag auch gleich noch angucken. Da ist es mir natürlich dann auch wieder wichtig gewesen, dass ich männlich und weiblich dann einmal entwickle, dass ich das Lucky entwickle, dass ich das Shiny entwickle, dass das alles auch komplett voll ist. Ihr seht also, die EV-Werte könnten unterschiedlicher nicht sein. So. Was ich aber schon entwickelt habe, wenn ich jetzt hier drauf drücke, Boom! ist der hier, den wir uns angucken können. Kosturso. Lustiger Name. 2583. Und wisst ihr, was wir damit machen? Das ist nämlich ein Hunderter. Den werden wir jetzt einfach maxen. Obwohl nicht Max Out Monday ist, maxen wir den jetzt einfach auf 3524. Und da machen wir jetzt einen Tag dran. Und zwar Level 50 und 100% und Shiny. Puff! Guckt euch das an. Richtig genial, oder? Jetzt hättet ihr, ah, was, wie, wo, hä? Was ist denn jetzt los? Wir können auch mal, wenn wir hier Veloursi eingeben und vier Sterne werdet ihr auch noch was sehen. Und zwar, das sind vier Stück da. Aber das ist das Gemäxte, weil es einfach ein Shundo ist. Da sollte eins so bleiben, wie es ist. Hier habe ich nochmal eins gefunden. Wenn ich das bewerte, da steht sogar Römmel dran, ne? Also hier Römmel, Thüringen, Hildburghausen, Straufein, Auenkron. Egal, wo du dich hier auffällst, das wechselt immer zu. Und auch hier noch ein zweites Straufein, Thüringen. Also die sind sogar direkt hier aus der Stadt. Was ich auch sehr cool finde, wir haben ja auch eine Map in Hibu. Da konnte man das auch sehen, wo auch was sitzen würde. Die zwei habe ich mir also noch mitgenommen. Das eine gemäxt, 100% Shiny Costurso. 284 XL Baumhomster. Könnte man sogar ein zweites nehmen und noch entwickeln und noch durchhauen. Ich würde das zweithöchste, das zweithöchste ist wahrscheinlich das hier, jetzt aber auch entwickeln. Weil ich habe jetzt ein Oranges, ich möchte aber auch ein normales, ein rosanes haben. Beziehungsweise hätte ich eigentlich mal gucken müssen, was davon männlich-weiblich ist. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Wir haben ja noch ein paar Bonbons übrig. Die Bonbons gab es eigentlich sehr gut. Man hat gedacht, was, 400 sind die verrückt? Das geht ja mal gar nicht, aber es gab ja sowieso doppelte Fang-Bonbons. Und wenn ihr noch mega entwickelt habt, gab es dann nochmal zusätzliche Bonbons. Dann aus den Aufgaben haben sie euch die Bonbons hinterher geworfen. Das war eigentlich trotzdem richtig genial. Jetzt haben wir hier den und ach so, ja, auf den Pokédex Eintrag möchte ich nochmal gucken. Den könnt ihr euch auch anschauen. Bei mir steht jetzt insgesamt 1087 Gesehene, 661 Gefangene. Glück ist noch nicht. Da muss ich erst mit Hannes tauschen. Männlich, weiblich, Shiny ist da. Und hier haben wir leider nur weibliche Entwickelte. Wir müssen also noch ein Männchen entwickeln. Kann ja aber sein, dass beim Tauschen mit Hannes ein männliches Lucky wird. Und wenn ich das dann entwickle, habe ich hier nicht nur die Lucky-Entwicklung, sondern auch die Mann-Entwicklung. Und wenn das nicht, muss ich halt ein Männchen einfach so entwickeln und das Lucky noch entwickeln. Das Beste wäre also, beim Tauschen käme ein männliches Lucky raus. Ansonsten ist das das Bärchen. Der Isfurt hat sogar gesagt, der hat auch gespielt und fand das eigentlich ganz cool. Die sind jetzt alle, also alle frei, die jetzt noch hier drin sind. Die muss ich jetzt wirklich wegtauschen, wegtauschen mit Hannes, gegen Hannes, zu Hannes. Und dann gibt es ja noch mal XL oben drauf. Und dann könnte ich vielleicht das zweite Hunder da auch noch maxen. Ich weiß es nicht. Ob das sinnvoll ist, ob man das so lässt. Obwohl der Bär ist cool. Da kannst du mal einen Shiny und normalen maxen. Also, die werden noch weggetauscht. 5500, Beutel ist voll. Das war mein C-Day. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Unterwegs wären die Fehler nicht so gewesen. Vielleicht ein anderes Handy mal ausprobieren und halt sich doch mal ein richtiges Gerät gönnen, wo das dann flüssiger ist und bam, dann sieht das draußen auch besser aus. Und dann wäre es ja vielleicht trotzdem eine Option für die Zukunft, bei einem C-Day eine Stunde draußen zu laufen und zu streamen und dann eine Ausbeute zu machen, anstatt drei Stunden auf dem Arsch zu sitzen und sozusagen gar keine Ausbeute zu haben. Aber das bestimmt ihr. Das könnt ihr mal abstimmen im Community-Tab. Wie war eure Ausbeute? Wie hat euch der Community-Day gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020